In der Hupengruppe, bitte gleich auf Heffern und bitte die Hupenstrasse an den Start. Okay, ganz spannende Signale von Anni Schlöder, von Patrick Renke und Familie Sober. Schlöder ist da. Schlöder ist schon mal in der Nähe. Ja, schon funktioniert auch. Hier ist hier noch Patrick. So, die Helfer bitte auf die Ecken verteilen. Macht euch mal bitte mit den gelben Westen kenntlich, damit ich weiß, ob da ein Helfer steht oder ob da bloß jemand ist, der zufällig parkt. Ja. 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 Ja, wer hat sie mit Weiden. Ja. 4 4 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.